Willst du aber probieren oder? Nimm den blauen! Mist! Dann setz ich hier drauf! So, durch! Durch! Erstmal auf Sicherheit! Erstmal auf Sicherheit! Erstmal auf Sicherheit! Deswegen jetzt mal schön weit wegstellen hier! Höher! Höher! Soll es hier keiner mit den Beinen? Ich? Ich? Wo ist denn der blaue? Wer ist dran? 15,55! 1! 15,55! 15,55! 15 war das, ne? 15,55! Können wir die hier schon mal loswerden? Ja, ja! Ja! So, wer ist dran? Ich! Nicht anfeuern! Oder? Wollt ihr in der Sicherheit? Ich hab was nicht! Ich freu dich auch! Ja, schön! Cool! Klatsch doch mal! 2,25! 12,25! 13,25! Was? 13,25? 13,25! Wer ist dran? Wer ist dran? Wer ist dran? Scherlock! Simon! Dann! So, das geht nicht nachher! Also, das geht nach, weiß ich auch nicht! Ach ne! Ach ne! Jahrgang! Scherlock, dann Florian, dann Lennart! Ich hab euch ja einmal, gibt's genau die Reihenfolge, die wir gerade auch hatten! Und dann noch gucken! Ah, voll! Zauber! Ja! 15,17! Und dann noch mal die Reihenfolge, die wir jetzt haben! Puh! Ja! Und dann noch mal die Reihenfolge, die wir jetzt haben! Florian! Ich vermisch hier nun was er fülle und hammer warm ist mir vor. Oh, was muss ich darauf kommen? Ja! Jawoll! Da ist er! 15, 16! Na bitte! 1,30 wieder mehr! Na Julia, hast ja ein Ziel, ne? Vielleicht einfach mal da so unterschieben. Die werden alle so nass. Wer ist jetzt dran? Lennart! Achso, Lennart! Ne, Lennart ist er! Lennart! 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 Könnt ihr nicht mit beiden Bällen werfen, dann gehts schneller. Der nächste nimmt schon den abgetrocknet. Der ist ja noch nicht abgetrocknet. Ja, kann er ja machen. Ja, der eine wirft hier bei dem einen, dann mit dem anderen Ball. Deswegen. Ja, cool. Ja. Ja, gut. Aufsicherheit. Ist okay. Aufsicherheit. Aufsicherheit. Ja, das war der erste. Wenn wir die Sichererrunde durch haben, machen wir auch volles Risiko. Der ist jetzt durch, oder? Nee, nee. 10, 43. Jetzt kommt der letzte Julian. Das war ja nicht so doll, ne? Nö. Julian! Wir warten auf unsere Ablöse. Wir sollten jede Stunde abgehen. Ist nix. Das ist... Alle weg. Alle weg. Und ich brauche, habe ich schon danach noch mal die Weltkampfkarte. Wir hätten zweimal Zettel ausführen müssen, damit das direkt zum Kampfgericht wird. Und brauchst du was zu trinken oder essen? Oh, Übertritt! Wir hauen nicht. 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 So, zweite Runde. Martin. Ach so, Martin wieder? Ja, Martin wieder. Nächste Runde nicht so. Oh, jetzt ist es mit der Anfrage. Genau. Jetzt kommt der Leerbär. Martin! Los! 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 Nichts wirft. Nichts wirft. Das war zu viel gefeuert. Das war der beste Wurf. Das war SGW 2. Eins. Eins. Kinder. Ich glaub, das Wort dann hier aufzuschreiben. 26. 9, 26. Sechs Meter. Seid glücklich, dass der Erste nicht ungültig wäre. Ich glaub, sonst hätt ich das nicht so gemacht. Wer ist jetzt? Felix! Felix Hemmel! Felix! 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 Das Spiel! Ja! Das könnte der Waggai schlecht gewesen sein. Wie viel? 3. Nein, hat er nicht gesagt. 14, 61. 14, 61. 14, sauber. Jetzt kommt Simon. Also sonst gibt es wenigstens, worauf man muss. Jetzt aber? 80. Sehr leid. Nur? Ja! Oder hau mal lieber 30 raus. Ja! Sherlock! 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 Ja, du Tier! Ja! Ja! Sauer! Ja, du Tier! Ja! Sauer! Wie viel? Wie viel? Rolf! 15! 15 brauchen wir einen Schnitt. Jetzt kommt Florian! 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 Also noch hat der einen Schnitt. Doch, nicht vorne kommen! Florian! 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 Flori, 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 zieh! Ja, 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 ja. Das kommt wohl schon hin, glaube ich. Also noch habt ihr eure 15 Meter, ne? Die müssen ja nur im Durchschnitt haben, ne? 14,89. Wer wird jetzt? Genau, ich weiß. Er muss jetzt noch mal zusehen. Wenn er jetzt noch in den nächsten beiden macht. Wenn er draußen schön... Hier ist noch 15 Meter, dann haben sie gezählt. Wir schaffen hier aber nicht. Wenn man prognostizieren darf, dann schaffen sie nichts. Lin-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N! Ja, besser vielleicht. Aber die 15 sind quasi, kann ich nicht sehen. Ja, ich hätte das. Ist das hier schon dran? Oder? 12, 86! Ja! Jürgen, du musst noch mal nachdenken. So, und Julian, Sie sitzen hier auch noch 100 Gramm, Sie sitzen hier schon an. Aber ich tue mir die Top-Ton-Ton an. Und wenn Sie hier... So! Julian! 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 Julian Wir waren nur gegen, ne? Ich war drauf mit der Ferse. Ja. Dann haben sie zwei Mann vier. Ja. Das war's. Jetzt kommt der Lehr der SV. Einmal unterschreiben, alles klar. Dankeschön.